Hallo ihr Lieben, das ist mal wieder ein Video über gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit der bewusst etwas polemischen Frage von mir, wie könnte, wie soll denn gesellschaftlicher Zusammenhalt anders entstehen als durch Demokratie? Also welche anderen Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, gesellschaftlichen Zusammenhalt dadurch herzustellen, außer dadurch, dass wir uns, wie soll man sagen, daran beteiligen oder dazu bringen, beständig Kooperationserfahrungen miteinander zu machen. Also beständige Erfahrungen zu machen, dass wir zusammenarbeiten und dass eben auch die sehr verschiedenen Menschen unserer Gesellschaft dabei unverzichtbar sind bei dieser Zusammenarbeit. Denn das ist die Erfahrung, die wir mit einer demokratischen Praxis machen würden, also mit dem demokratischen Lustverfahren, mit gelosten Bürgerversammlungen. Wir kämen beständig immer wieder neu in immer anderen und neuen Konstellationen zusammen, würden einander begegnen und würden sozusagen in der politischen Arbeit selbst zusammenarbeiten. Und da sagt eben unsere Sozialpsychologie, wenn du das geschickt organisierst, dann haben die Menschen, haben wir, hinterher weniger Vorurteile gegeneinander und eine tatsächlich auch positivere Meinung voneinander. Wir verstehen uns besser, wir haben mehr Empathie füreinander. Und kurz gesagt, der Zusammenhalt als Gesellschaft, als Ganzer wächst durch die Praxis des Politischen, wenn man eben lost. Und das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die man in der Antike gemacht hat, was mich dazu gebracht hat, dreist zu behaupten, obwohl die Quellenlage schlecht ist, dass das der Grund war, warum man Athen als Demokratie so organisiert hat. Also der eigentliche Grund für die kleistinischen Reformen war die Herstellung vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das in einer Konstellation, wo man vorher beständige Kämpfe in der Polis Athen hatte. Also beständige gesellschaftliche Auseinandersetzungen, auch kriegerische, blutige Auseinandersetzungen, ständige Unruhe. Und Athen war trotz seiner immensen Größe, flächenmäßig und menschenzahlmäßig eben sehr, sehr schwach. Also es hat sozusagen seine Kräfte darin aufgebraucht, intern sich selbst zu bekämpfen. Und genau diesen Kampf hat man beendet durch Demokratie. So, wenn man das jetzt mal im Hinterkopf hat, das ist die Art, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt entstehen kann, dann kann man fragen, welche anderen Arten gibt es. Dann fangen wir nur zwei ein und beide, wissen wir heute ganz sicher, funktionieren nicht. Die erste Antwort ist eben über ökonomischen Ausgleiche, über Geld. Und da ist die Voraussetzung, dass wir beständiges Wirtschaftswachstum haben müssen. Also die Vorstellung ist, der Kuchen wird immer größer und an diesem Wachstum des Gesamtkuchens, des Bruttosozialprodukts, partizipieren alle, wenn auch unterschiedlich, aber allen geht es besser, relativ zu ihnen selbst. Also sozusagen jedem geht es ein bisschen besser als in der Vergangenheit. Manchen halt sehr viel besser und manchen ein wenig besser, aber allen geht es besser. Das ist so das Modell, das über Geld, über das Ökonomische hinzukriegen. Und da ist folgendes Problem, dieses Wirtschaftswachstum wird sich nicht dauerhaft aufrechterhalten können. Und ich weiß, das ist eine komische Außenseitermeinung eines Laien, aber ich finde sie ist so schlagend, so banal auch, dass sie sehr schwer von der Hand zu weisen ist. Und hier einfach nochmal der Hinweis, neben dem, dass es eben wirklich natürliche Grenzen des Planeten gibt, der Planet ist endlich, Ressourcen sind endlich, irgendwo enden sie. Wir wissen nicht genau wo und wie, aber sie sind endlich so. Und Wirtschaftswachstum ohne erhöhten Ressourcenverbrauch gibt es, soweit ich erkennen kann, nicht als Laie. Wir mögen Leute, die mehr Ahnung von der Materie haben, gerne widersprechen, aber mir scheint es zu sein, dass eine Ökonomie, die sozusagen finanziell, ökonomisch wächst, immer auch im Ressourcenverbrauch wächst. Und bisher hat mir niemand das Gegenteil zeigen können. Das ist so das eine. Aber das stärkere Argument, finde ich, noch ist, wir vergessen oft, dass das Wirtschaftswachstum der letzten 70, 80 Jahre etwas zu tun hatte, auch mit dem immensen Gesamtweltbevölkerungswachstum. Nur nochmal zur Erinnerung. In den 50er Jahren haben knapp 2,5 Milliarden Menschen auf dem Gesamtplaneten gelebt. Das war schon relativ zur Menschheitsgeschichte eine immense Zahl. Das waren schon sehr, sehr viele Menschen. Also wenn man halt schaut, wie viel haben in der Vergangenheit, in der noch weiteren Vergangenheit auf dem Planeten gelebt. Dieses schon sehr hohe Niveau haben wir geschafft, und das ist wirklich ein Erfolg von uns Menschen, nochmal mehr als zu verdreifachen in einem sehr kurzen Zeitraum, nämlich eben in 70, 80 Jahren, sind wir jetzt bei über 8 Milliarden. Von unter 2,5 Milliarden auf über 8 Milliarden. So, das sind alles Menschen, egal wie schlecht sie ökonomisch dastehen mögen, wie schlecht sie finanziell dastehen mögen, die Dinge brauchen, mindestens Essen, aber auch viele andere Dinge. Das heißt, das sind sehr viel mehr, mehr als dreimal so viel Konsumenten. Dass das zu einem Wirtschaftswachstum führt, ist wahrscheinlich kaum vermeidbar, selbst mit Krisen. Sozusagen es sind einfach mehr Menschen. Und wir wissen, dass ganz, ganz sicher dieses Wachstum nicht weitergehen wird. Und endlich, also wenn man so Prognosen immer mal wieder liest, die immer mal immer wieder so durch die mediale Landschaft getrieben werden, endet das in 30, 40 Jahren circa. Egal, was wir tun, weil es sehr, sehr krisenhaft abgeht, können wir nicht vorhersehen, aber kann passieren, dann sogar schneller. In 20 Jahren vielleicht schon. Aber so die Prognosen gehen so um das Jahr, wenn ich es richtig im Ohr habe, 2065, ist so der Peak erreicht. Und von ganz alleine, weil eben die Geburtenzahlen überall auf dem Planeten rückläufig sind, teilweise auf einem sehr hohen Niveau, aber wieder relativ zu sich selbst rückläufig sind, bekommen wir dann ein Schrumpfen der Weltbevölkerung. Und der Punkt ist, in einer schrumpfenden Weltbevölkerung ein Wirtschaftswachstum zu erwarten, so wie wir es die letzten 70, 80 Jahre mit der immensen Steigerung von 2,5, knapp 2,5 auf über 8 Milliarden erwarten, das ist doch sehr, sehr naiv, denn es sind weniger Konsumenten, es sind schrumpfende Märkte und wie dort ein Wirtschaftswachstum möglich sein soll, eben mit dem Modell, der Kuchen wird immer größer und darin partizipieren alle, manche mehr, manche weniger, aber alle partizipieren, scheint mir ausgemacht, dass das nicht weitergehen wird. Das wissen wir, sicher. Und dann ist eben das Modell, wir stellen gesellschaftlichen Zusammenhalt über das Ökonomische, über das Finanzielle her, am spätestens, aller spätestens, am Ende, wir kriegen die Ausläufer ja jetzt schon zu spüren. Es geht nicht so weiter wie bisher. Ganz sicher nicht. Und damit kann man auch gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht über ökonomischen Ausgleich herstellen. Das ist so der Weg 1, den wir halt gewohnt sind jetzt durch die letzten 70, 80 Jahre, zumindest in West- und Nordeuropa. Und ja, im Grunde muss man sagen, überall auf der Welt, auf die eine oder andere Art, aber so, wir haben uns daran gewöhnt, gesellschaftlicher Ausgleich ist möglich auf diese Weise und das ist aber nicht stabil. Das endet von sich aus. Das ist so das eine. Das zweite ist, und das ist also noch naiver als das andere, man denkt sich den Zusammenhalt. So nach der Devise, wir sind alle ein irgendwas, ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Nation, ein irgendwas und wir halten alles zusammen, weil es eine Idee davon gibt. Und das kann man dann wirklich Idealismus nennen. Ich nenne es oft Kognitivismus und es ist eine grobe Verkennung dessen, wie wir Menschen psychologisch funktionieren. Also, wir können uns gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht denken. Wir müssen ihn erleben. Und dann ist eben wieder die Frage, wie macht man denn gesellschaftlichen Zusammenhalt erlebbar? Quer zu allen Klassen, quer zu allen Regionen, quer zu allen Familienbindungen, quer zu allen Berufsbindungen, quer zu den verschiedenen Lebensausrichtungen im Milieus. Und es gibt noch viele andere Unterschiede, die uns trennen und alle nach dem Prinzip ähnlich zu ähnlich gesellt sich gern. Also die Gesellschaft ganz natürlich durch unsere natürlichen, menschlichen, psychologischen Neigungen driftet, wenn sie eine gewisse Größe erreicht hat, einfach auseinander. Das ist menschlich. Ideell verbindet uns dann gar nichts. Und da kann man nicht mit schönen Reden kommen oder mit schönen Gedanken kommen, die dann stattdessen das kompensieren sollen. Faktisch haben wir nichts, was uns verbindet. Und das ist ein Problem, weil wir haben gemeinsame Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen. Und wenn es keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, sind viele dieser Probleme tatsächlich faktisch unmöglich, unlösbar. Entschuldigung, Probleme sind unlösbar, weil über sie, über die Versuche, sie zu lösen, nur Streit entstehen kann. Weil die Menschen des einen Milieus haben eine ganz andere Lösung im Kopf als die Menschen des anderen Milieus. Und die Menschen der einen Einkommensklasse haben eine ganz andere Lösung im Kopf als die Menschen der anderen Einkommensklasse. Und die Menschen der einen Region haben eine ganz andere Vorstellung als der anderen Region. Kurz gesagt, weil unser Leben tatsächlich verschieden ist. Und wenn es keinen Zusammenhalt gibt, der das Ganze überwölbt, überformt, der aber erarbeitet werden muss, überhaupt erst, der nicht einfach da ist, dann sind diese Probleme unlösbar. Und wir sind eine Gesellschaft, die glaubt, entweder sich den gesellschaftlichen Zusammenhalt einfach denken können, schöne Sonntagsreden und dann sind wir alle irgendwie zusammen. Super naiv, nichts legt nahe, dass das funktionieren könnte. Trotzdem glauben wir irgendwie dran, diffus, auf so eine naiv diffuse Art. Oder eben über ökonomischen Ausgleich, wo wir auch wissen, das funktioniert nicht mehr. Und das heißt, wir haben keine Antwort auf derzeit, wie stellen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt her. Und in diesem Kontext wird dann eben die Demokratie in Athen, im antiken Athen, in Atteka sehr interessant, weil das eine Gesellschaft war, die sich gesellschaftlichen Zusammenhalt überhaupt erst erarbeitet hat. Durch eine gemeinsame Praxis und durch eine gemeinsame, wenn man so, wie soll man sagen, hemmsärmlich altgriechen darf, durch eine gemeinsame Poiesis. Durch etwas, was gleichzeitig Poiesis und Praxis war. Sehr selten, dass es sowas gibt, wird sonst streng getrennt, in der aristotelischen Philosophie. Aber das ist es, was es faktisch war. Es war etwas, was gemeinsam getan wird, was seinen Sinn in sich selbst hatte. Aber es ist auch etwas, was etwas hergestellt hat, nämlich tatsächlich den Zusammenhalt der Gesellschaft herzustellen, die Gesellschaft auch stabil zu befrieden, zumindest nach innen. Und wir natürlich heute müssen das auf die gesamte Menschheit ausweiten. Wir brauchen eine Geopolis, eine Weltpolis, eine Menschheitsgemeinschaft, auch neben den föderalen Unterpolis, die wir auf kontinentaler, nationaler und regionaler und lokaler Ebene auch bilden. Also ein mehrstufiges System, wo wir letztlich fünf Arten von politischer Gemeinschaft kennen. Lokal, regional, national, kontinental, global. Und auf allen Ebenen müssen wir zusammenarbeiten und uns begegnen. Und das ist sehr viel Aufwand, das ist sehr viel Arbeit. Aber diese Arbeit haben sich die antiken Griechen gemacht, als sie Demokratie erfunden und eingeführt haben. Wir machen uns diese Arbeit nicht, erwarten uns aber davon, von diesem Nichtmachen, das trotzdem gesellschaftlicher Zusammenhalt einfach da sein soll und einfach aus dem Nichts von alleine entstehen soll. Und das ist naiv. Dass wir auf dieser Grundlage, wenn wir etwas angehen sollen, wollen, was uns gemeinsam betrifft, nur Streit kriegen, weil wir gar nicht verbunden sind, ist so erwartbar wie nochmal was. Wie könnte es anders sein? Wie könnte was anderes passieren als Streit, wenn du in der Gesellschaft nichts verbindest, versuchst, Probleme zu lösen? Ja? Gemeinsam. Und deswegen muss das Politische eine allgemeine beständige Praxis sein, also mit sehr viel Aufwand verbunden für alle sein. Und wenn man sich diesen Aufwand spart, also sozusagen politisch faul ist als Gesellschaft, und das sind wir, wir machen ja Outsourcing von Politik, ja, über Wahlen, delegieren wir das alle hübsch von uns weg, sollen mal die Politiker machen, sollen mal die Politiker unsere Probleme lösen, ganz bequem, ganz faul sind wir. Und dann kann man sagen, so schön mit dem alten Beaumont, der Weg zur Hölle ist mit Bequemlichkeit gepflastert. Und der Weg in unsere persönliche gesellschaftliche Hölle ist mit politischer Bequemlichkeit gepflastert. Wir machen uns keine politische Arbeit. Wir haben ein bequemes System geschaffen, in dem wir auf Politiker und Politikerinnen beständig böse sein können, ja, weil die machen es falsch und anders wäre besser und jedes Milieu hat eine andere Vorstellung, was sie denn besser und anders machen sollen. Aber diese Milieus verbindet ja gar nichts, ja. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du bist Politiker und Politikerin, dann bist du entweder ein Psychopath, dem das alles gar nicht interessiert, ja, was die verschiedenen Milieus wollen, oder wenn du kein Psychopath bist, dann ist es so, dass es dich zerreißt, ja, weil der eine zerrt von links an dir, der andere zerrt von rechts von dir, der eine zerrt von vorne von dir, der andere zerrt von hinten an dir, der eine zieht von oben an dir und der eine zieht von unten an dir. Aus allen Richtungen wird an dir gezogen und alle finden, dass du es falsch machst und so, dass es gar keine Schnittmenge gibt, das gibt es ja auch. Also wenn wir uns mal streng geometrisch denken, es gibt ja auch Kreise, die sich nicht schneiden und keine Schnittmenge haben und wo dem einen dann, was etwas schon zu viel ist, dem anderen ist es immer noch zu wenig und es gibt keinen Kompromiss, ja. Und das ist unsere Situation bei nahezu allen gesellschaftlichen Fragen, ja. Und deswegen sind Politikerinnen und Politiker entgegen dem heutigen Bild arme Schweine, die es nur falsch machen können und zwar personenunabhängig, parteiunabhängig. Niemand kann in einer Gesellschaft, in der es faktisch keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, gute Politik machen. Das können Politikerinnen gar nicht und Politiker. Geht nicht. Aber es geben sich immer wieder Leute dafür her, naiverweise, und versuchen es. Immer wieder neu. Und es scheitert immer wieder neu. Aber es gibt uns nichts zu denken. Wir kommen nicht ins Nachdenken, also nicht ins verfassungstechnische Nachdenken, dass wir vielleicht, wie es die Griechen in Athen dann irgendwann gemacht haben, aus ihren eigenen gesellschaftlichen Krisen heraus in eine verfassungsreformerische Tätigkeit gehen, für die in der Antike zunächst die solonischen und dann die kleisthenischen Reformen stehen. Man hat die Verfassung reformiert. Aus Krisenerfahrungen. Reformieren wir in diesem Ausmaß unsere Verfassungen? Nein. Wir machen weiter wie bisher mit der gleichen Verfassung, obwohl sie ganz offensichtlich dysfunktional ist und nicht uns hilft, unsere gemeinsamen Probleme anzugehen und zu lösen, sondern uns stattdessen blockiert ist zu tun. Indem uns diese Verfassung dazu zwingt, einander zu bekämpfen über Wahlkämpfe. Du musst immer Partei ergreifen. Diese Partei gegen jene Partei. Nochmal zur Erinnerung. Die Polis Athen als Demokratie hatte nach einhelligem Urteil von verschiedenen historischen Forschern keine politischen Parteien. Sie kannte private Parteien, aber nicht politische Parteien. Das ist ein Riesenunterschied. Man hat bewusst nicht sich sowas in die Verfassung geschrieben, wie das, was in unserem Grundgesetz derzeit steht. Ja, politische Parteien wirken an der politischen Meinungsbildung mit, weil man verstanden hatte, dass das nicht funktioniert, weil man erfahren hatte, aus historischer Erfahrung gemerkt hat, dass Parteien ein Problem sind und nicht Teil der Lösung sein können. Aber so weit sind wir nicht. Wir sind also verfassungstechnisch wirklich den antiken Griechen unterlegen in unserem Denken. Und das ist eigentlich ehrenrührig für uns, weil so schlau die auch gewesen sein mag, es ist jetzt 2500 Jahre her, mehr als 2500 Jahre, und dass da vor 2500 in einem relativ provinziellen Kaff namens Athen oder Attika Menschen gelebt haben, die was verstanden haben, was wir partout nicht kapieren wollen, obwohl wir sehr ähnliche Probleme haben, rein strukturell betrachtet, ist schon ehrenrührig für uns. Also deswegen, leider, ist das antike Athen eine bleibende Inspirationsquelle, aber nur, weil wir so blöd sind. Also wären wir ein bisschen verfassungstechnisch klüger, müssten wir nicht ständig nach Athen stieren, um uns dort Inspiration zu holen über solche Dinge. Was heißt denn eigentlich politische Freiheit? Was heißt denn eigentlich ein Politis, ein Bürger zu sein? Wie war denn das nochmal mit der Demokratie? Also wären wir weiter, müsste ich nicht ständig bekloppte Videos machen, wo ich sage, schaut doch nochmal euch in das in Athen an, wie die Demokratie da entstanden ist und wie sie genau aussah und warum sie so aussah und warum sie so gebaut war, warum man das Politische so konstruiert hat und nicht anders. Also aus meiner Sicht hat das was Verrücktes, dass wir da nicht weiter sind. Aber gut, ich will nur sagen, es gibt in unserem Horizont derzeit drei Arten, wie man gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen kann und zwei funktionieren nicht, dann bleibt aber nur einer übrig und das ist demokratische Praxis, allgemeine demokratische Praxis, eine konsequente Politisierung der Gesellschaft, nicht parteiförmig, ganz bewusst nicht parteiförmig, also nicht indem alle jetzt in eine Partei gehen, sondern indem wir geloste Bürgerversammlungen einführen, verfassungstechnisch. Und über das Losverfahren alle ins Politische hineingezogen werden und zwar auf friedlich, schiedliche, vernünftige Weise. und dann dort mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern beständige Kooperationserfahrungen haben. Und da sagt uns, wie gesagt, unsere moderne Sozialpsychologie, so kann es funktionieren. Da sagt Forschung, harte Forschung, wenn du verfeindete Gruppen, wenn du Gruppen, die einander nur misstrauen, zu einem besseren Bild voneinander bringen willst, zu einem besseren Verständnis voneinander bringen willst, kannst du es nur so machen, indem du Kooperation stiftest und einander erleben lässt, dass der andere auf eine ganz merkwürdige Art irgendwie doch unverzichtbar ist. Und das ist dann eine Gesellschaft, wo wir am Ende des Prozesses, nicht am Anfang, nicht in schönen Worten, tatsächlich das Bild haben, schön, dass der andere da ist und schön, dass er anders ist als ich. Wo wir dankbar sind für den anderen, der uns derzeit nur nervt, der uns derzeit nur bedrohlich erscheint, wo wir am liebsten dem anderen die Bürgerschaft kündigen würden. So nach der Wiese, ja, wenn du schon da bist, dann auf gar keinen Fall darfst du in die Politik gehen oder auf gar keinen Fall darfst du dich politisch zu irgendwelchen Ämtern kommen. Das ist so unsere wahre Haltung. Wir würden am liebsten viele Leute aus der Polis rausschmeißen. Leute, die halt anders sind als wir selber. Das ist unsere derzeitige Situation, aber es ist unsere allgemeine Situation. Das würden Menschen aller Milieus gerne. Die anderen stören nur. Und derzeit sind wir also in einem Zustand, schön wäre es, wenn der andere nicht da wäre. Aber das Politische stellt den Zustand her, schön, dass der andere da ist und schön, dass er anders ist. Und das ist aber das Ergebnis beständiger politischer Arbeit. Das entsteht nicht aus schönen Worten, das entsteht nicht aus dem Denken, das entsteht nicht durchs Ökonomische, sondern auch gemeinschaftliche politische Praxis, eine gemeinschaftliche politische Praxis, die wir uns bislang sparen, als politisch faule, die wir sind und dann kriegen wir halt die Rechnung. Wir kriegen ständigen Streit, wir kriegen eine sich selbst blockierende Gesellschaft, wir kriegen eine Gesellschaft, die als Gemeinschaft nicht handlungsfähig ist, obwohl sie große Probleme hat, wo sie dringend, dringend, dringend handeln müsste, wo ein riesiger Handlungsbedarf ist, aber wir können nicht handeln, weil wir uns selbst blockieren, indem wir das Politische aus Gaga-Gründen über Parteien organisieren, also über die schlechtestmögliche Art neben der Tyrannis. Zwei bescheuerte Zustände für große, komplexe Gesellschaften, das eine ist die Tyrannis und das andere ist die Stasis. Tyrannis ist das, was sich in Russland gerade rausbildet, wenn es nicht schon immer da war und Tyrannis ist das, was in China ist. Was wir haben, ist Stasis und das ist auf eine andere Art genauso blöd, weil beides funktioniert nicht. Weder Tyrannis noch Stasis funktioniert und das war die Erfahrung der Griechen, aus der heraus sie die Demokratie und das Politische mal erfunden haben. Wir haben aber diese Erfindung nie wirklich verstanden in der Neuzeit, so nach meiner merkwürdigen, leidenhaften Deutung. So, das ist alles sehr anmaßend, das ist mir bewusst, aber das ist so der Reim, den ich mir auf die heutige Zeit, auf die heutige Welt mache. Ein Besserer fällt mir leider nicht ein. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Das ist einfach, wie soll man sagen, ich wünschte, ich wäre fähig, mir etwas Besseres auszudenken, aber leider sind mir hier meine Grenzen erreicht. Was Besseres als das, was Besseres als Demokratie, was Besseres als eine konsequente, freundliche, respektvolle Politisierung der Gesamtgesellschaft fällt mir einfach nicht ein als Lösung für unsere heutigen Probleme, die wir haben und die in meiner Wahrnehmung extrem drängend sind und extrem unangenehm für uns alle sind. Natürlich von verschiedenen Richtungen her, natürlich auf verschiedene Arten, denn wir haben verschiedene Leben, aber alle leben wir mittlerweile gemeinsam in einer Art gesellschaftlichen Hölle, in einer Hölle, die absehbar ja vorher immer noch heißer und heißer dreht, also die noch unangenehmer wird, als sie derzeit schon ist und ich persönlich, ganz persönliche Selbstoffenbarung, finde es jetzt schon unerträglich heiß. Ich finde, dass das gesellschaftliche Klima jetzt schon unerträglich ist und es wird nicht besser werden. Das sehen wir, das erleben wir, das ist absehbar und man kann es sich eben auch rekonstruieren, warum es so ist und wohin die Entwicklung leider geht und dagegen müssen wir halt was setzen, und dagegen müssen wir was tun und das, was wir dagegen tun können, müssen wir aber alle gemeinschaftlich tun. Dann ist wieder die Frage, wie kommen wir zu einem Tun, das allen gemeinsam ist, zu einem allgemeinen Tun, zu einer allgemeinen Praxis und dann wieder, mir fällt keine andere Antwort ein, als eben das demokratische Losverfahren. Nur das demokratische Losverfahren kann eine allgemeine Praxis stiften, an der alle gleich viel partizipieren, an der alle gleich viel teilnehmen. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, wie die Demokratie ursprünglich mal hieß, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.